wir können hier stehen lassen also du meinst du in der Reihe aufstellen dass wir immer gleich gucken können um ich kann ja ich kann ja und mit dem kompressort ich kann hier einfach diesen Hügel wegmachen da kannst du machen dann dann fang ich gleich mit an Prozent was zu schütteln sie in den Augen mehr und so Prozent wir können vor Medizin zu nicht feststellen Prozent ich will einfach mal sagen hier so würde mehr auf Höhe von dem Haus so ich habe schon mal ein bisschen an solche zu stellen so sie dann halt ein bisschen klappt aus aber das ist immer noch und von Anfang an nur das sind natürlich schon gewachsen und die die Staube und die Kuppel wie lang sollen wir eigentlich hier bleiben die Freizeit für sich immer ein bisschen in den zu tun und zu tun und die neue Schuhen Prozent so sind es nicht Nürzemberg um und die Köln sind Prozent und ich schalte ein bisschen schon und das ist einfach das Eisnummern in den Ofen und das ist klar zwar nicht mehr geht die Pläne die Begründung 2.3 das ist ein Erzähl was du denn für Maschinen bauen würde schon was du gerade allgemein baut ich wollte noch ein Team war schon alles da mit dem Erkrank der Elektrik für nicht alles machen das Spiel dort ist es nicht um um und mehr und die Begründung zur Klinik ist fertig es geht noch genau zu machen jetzt die Zollsäure mit dem Motto um uns das in Wurzeln Koppelkennungsdruck und und mit 1 um das ist eine Schauflüschung kaputt nun wird es da über die Sündung es gibt müssen die Klinik auf dem Leben wir haben wir haben noch eine und dann und die Begründung und zu uns und zu uns umsonst auch fertig bis zum Beispiel mit dem Begriff der Begründung mit dem das heißt ja nicht was tun ich meine ich bin nicht jetzt schon nein um okay jetzt lecken die Blöcke bei mir wieder das ist natürlich nicht so schön also was ich weiß dass auf einer Form 2 CSGO Server laufen weil Heiko vermiedet dir sozusagen gerade zum testen und da hat halt ein Freund hat halt ein CSGO Server drauf gemacht mit dem er halt dann scheiße machen kann und alles weil wenn man ja zum Beispiel dann unter Freunden spielen will oder wenn die Prozent genug sind dann ist der Scheiße wenn der irgendeine Hostel bei uns selber bringt zum Beispiel viel mehr Leistung um mit zu spüren auch gar nicht zu retten Prozent und nun in meinen Kürtel und Schatten ist sie ist es genau zu tun müssen wir uns noch nicht in Europa geben mit dem Montag Mokko haben wir schon jemanden nähe ich dachte nur noch ein Stück sechs Stück Mö was eigentlich sinnvoll ist es um zu Verzauberungszeichen werden das war schon um um und die um 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 das habe ich schon so klar und hier kann es ja die ehren auch ganz beschädigt und was auch gemacht da unten doch einfach gut da macht es da unten einfach jetzt im zweiten Raum mit so einer Tür oder mit zum Durchgang wo wir einfach dann mit alle Maschinen zu reinstellen dort im Raum und die Schlau weil ich ich weiß so aussoffen wie es ist die ziemlich laut sind also ja es gibt aber sie können wir können laut sein die die zum Beispiel Polo reißen weil sie wieder der Elektrik für den sich zum Beispiel auch laut und mit dem mit dem was die Laufung die Heiko hat mich glaube ich noch nicht geantwortet er hätte ich nicht geantwortet ne ne hat mich nicht geantwortet n zum einen Apfelboller ist jetzt weggegessen Prozent die Lache von Petty war leider nicht mehr auf der Aufnahme die um glück warum die aus dem Kuh des Video mit dem ich mir immer beglücken kann Prozent 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 was er nicht einmal gesagt wenn ein Video was er da immer noch halb aber es nicht mehr als ich war er genommen die Bedeutung was ist auf YouTube und also ich in dem Weg noch gegen ihn waren das Nimmel da der Jonas da gab es Heiko glaube ich schon mehr ja um wie bei die Welt ich hab da noch nie doch wir haben die Ohrste sich gegen dich gezockt also der Plain Baking ja bei Heiko war da auch dabei nicht anders nee das war noch eine Heiko da glaub ich war noch eine Hilfe oder oder Janis ne genau Janis will er nicht mehr so nichts war ich glaub drei Leute so geredet kann man nachher mal gucken der Sitteln aus der Banken der Füße ist 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Prozent Prozent ich brauche einfach mal in die Dings zu die Höhle oder das Loch was soll zum Beispiel durch den wenn diese Buchstuhr und oder was wir konnten ein kleines bisschen gewollt müssen dieser Ocker aber schon und und sie ausdeutschen nicht ich glaube es sind nicht mehr und sich die Kaste in die Runde und die Kalle hinter die Wand mit Höhe 91